Ich wollte den auch überhaupt nicht töten, das ist absoluter Bullshit. Peter mach ich jetzt weg. Peter ist erster, drei Lebensummen, ich kill jetzt den Bus, der mitgekommt. Peter töt' ich noch. Egal, auch wenn er übers Ziel kommt, töt' ich ihn trotzdem noch. Ich glaub, der wird schwierig, der ist jetzt durch. Erster geworden, wuuuuh! Neeein, der ist doch an mir vorbei. Neeein, nee! Ach, egal, weil jetzt ist... Pass auf, um welche dem noch das Spiel. Vielleicht okay, ne? Bin überrascht. Jetzt ist nur die Frage, ob ich die Sachen gut genug sauber gemacht hab' oder ob ich jetzt den ultra krassen Dünnschiss davon bekomme. Aloe Vera kann giftig sein. Aber das wusste Hanni, glaub ich, noch nicht. Schluh kommt direkt mit A jetzt. Bei Mitte! Was ist denn da passiert? Äh, eins. Gibt es die Bombe? Helles ist keiner. Also... Peter, du hast verloren. Ey, jetzt mach mal so weit nicht. Guck mal, jetzt sehen wir nämlich gar nicht, wo der ist. Neee, ihr seht überhaupt nicht, wo ich bin! Was ist das denn für ne Scheiße? Ey, Peter, da wäre... Mehr war da tatsächlich aber auch nicht drin. War schon ein Hardskill-basierter Spiel. Ach, ich hab doch die Scheiß-Shotgun. Genau mein Fall. wieder neuer Neu-Eck rum. Peter, ja. Peter? Peter! Peter, nicht verbremsen, ne? Ja, ist gut, easy. Bisschen griften, kein Thema. Junge! Wo fährst du? Ey! Ich glaub, er meint nicht mich. Ey! Junge, wo fährst du? Er liebt Smoothies mit Kürbis-Geschmack. Kannst du mir so einen besorgen? Ja! Ich bin dein Smoothie-Lieferant. Warum? Mein Smoothie-Wagen ist in der Werkstatt. Everybody! Leute, da war ein Marder oder so. Rock your body! Wo bist du? Guck, ob das funktioniert. Schnitzelpiele. Schnitzelpiele! Ich bin hier am Brennen. Schnitzel! Ich will Schnitzel. Foto von Timmy. Ich muss gleich mal in meine Schublade gucken. Was denn Timmy? Er lügt, damit er die Nase in den Arsch kriegt. Peters Schwierigkeit wäre jetzt so, warum wächst die Nase von Pinocchio? Ja, genau! Der beschwert sich heute gar nicht. Was passiert, wenn Pinocchio lügt? Oh mein Gott! Hä, warum ist denn mal Christophs Gesicht, wenn ich drücke? Ich hasse es! Ich glaube, seine Nase wird länger. Das ist richtig. Guck mal, endlich mal hier so eine Frage, die ich wieder beantworten könnte, aber dann wollte er wieder nicht. Toll. Das heißt, wir haben jetzt einen Wurf, bevor die Banane kommt, wa? Guck mal, das wird echt zu schwer sein, wa? Einfach genau da, mit einem Bouncer rein. Okay, genau in das Loch. Okay. Okay, die Skillshots von uns beiden haben nicht überzeugt. Versauen wir hier dem noch das Spiel. Also, wer hat mir gerade das Spiel versaut und jetzt bin ich dritter statt zweiter. Du kannst dich mal richtig schön in deinem selben Arschloch lecken. Keine Erklärung für, muss Peter das vielleicht machen? Okay, ich google das einfach kurz. Das wäre total bescheuert, wenn ich das machen müsste. Du bist doch der Chef. Stimmt, deswegen wäre das bescheuert. Ja, richtig, der Chef hat doch nichts selber. Hallo, schöne Frau. Jawohl. Komm. Will ich wiederbeleben. Dann fick dich halt, wenn du nicht wiederbelebt werden willst. Hier hinter ist eine... Ja, eine grüne. Ja, eine grüne, aber das bringt ja nichts. Wir haben keinen Sauerstoff mehr, Leute. Mensch, das ist echt hier eine ganz blöde Situation. Mensch, scheiße. Luca, ist es! Ja, kommt mal her, komm her! Ja, ich... Das ist jetzt so blöd hier. Mensch. Kannst du dich nur vortäuschen? Hammer tot, hammer tot, hammer tot. Wann hast du das für haben? Äh, gibts. Das hängt um. Ja. Wie, thank you? Du hast dich einfach liegen lassen. Hä, ich hab doch gesagt, nee. Ach so. Was sag ich denn da? Nee. Na, guck mal, du verlierst einen Stern als Erster. Du hältst tausend Münzen. What? Alter. Mein Gott, Peter, ey. Aber wenn du das nicht willst, dann geh doch einfach raus aus dem Spiel. Oh, Peter. Wie viel Pech kann man denn haben, Alter? Wie, hey, warum stehst du dich denn freiwillig da drauf? Weil ich zu dem fucking Hurenkönig wollte. Oh Gott. Hör, wo denn? Ach, man hat schon 14. Ach, da. Nein, du sagst, waffelst du... Nein, komm, Alter. Ja, nicht wahr sein, Alter. Ich hab jetzt fünfmal unten reingehalten, ey. Und das lebt immer noch. Blockier mal den ein bisschen, Christian. Nee, mach mal nicht. Ich versuch hier nicht von der Strecke zu fliegen. Ja, dann ist es besser. Oh Gott. Hätte ich nicht sagen sollen. Oh, der Witz, Christian. Ah, das ist jetzt wichtig. Mann, jetzt ist er hier. Oh, Mann. Oh, der ist das hier, Leute? Den Käse, wäre ich. Okay. Den Sohn oder den Haupttypen? Den Typen, ich wusste erst nicht, wer das ist. Oh, gut, dann ist ja schwierig. Ist es nicht Wario. Ja, das ist nicht so. Ich hab auch an Wario als allererstes gedacht. Das ist ein Scherz, Alter. Komm, noch ein Duell, Junge. Jetzt geht's nicht. Alter. Maxi. Geil, nice. Ja, wie Wario, wie sind wir siehst du denn? All in. All in. All in. All or nothing geht's. Wie heißt denn immer die Hüttenmenschen? Was meinst du? Ja, die Eingeworenen. Die Indigen-Völkereien. Weiß ich nicht, ob der wird alle gekillt. Ja, genau. Die wurden abgeschlachtet. Ist alle gekillt? Ja, mit dem Befehl. Ach, schade. Ich dachte, man könnte die Neues bauen. Es gab auch nie welche Bram. Achso. Ich hab doch am Anfang den Befehl eingepript. Die Apfel. Die Apfel sind kein indigenes Volk, liebe Freunde. Was für ein Tier ist Mickey Maus? Ich kann nicht drücken. Wer hat denn jetzt gedrückt? Unbekannt, da gibt es ja keine Ahnung. Gibt es nicht gar nichts. Nein, das hat Spaß. Das hat Spaß. Wollte euch nur ärgern. Das ist ultra nicht lustig. Frage Nummer 42 ist. Ich kann auch nicht drücken. Ich kann wundern, ob nie mein Gesicht zu sehen ist. Und das hat niemand gegessen. Ich glaub, ihr habt alle gleichzeitig gedrückt oder so. Drück mal, Sepp. Ich lass den Würfel. Ich lass einfach den Würfel laufen. Das ist belastend. Guck mal, ob man was los ist hier. Ah! Ach, schade. What? Was ist das denn? Das war der 31er-Würfel, ey. Okay, also, das war kein Würfel laufen, aber ich geb dir die Chance, über deine Taten nachzudenken. Was ist das jetzt alle so gut? Nein, mir zweimal. Ich kann gar nicht so wenig schlagen. Nein, mir zweimal. Das war schon gut, ja. Macht euch ruhig über den Kranken lustig. Hab ich. Oh mein Gott. Also, was halt voll komisch ist, meine Route, die ich erstellt hab, die Route 6, die hat Vollzeit 2 von 1. Eure Route 5 hat Vollzeit 0 von 2. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bedeutet. Heißt Vollzeit? Weiß ich auch nicht, aber es ist mysteriös. Unkomplex. Und komplex. Ich hab mir einen Gedanken. Ein Glas, aber ich wusste nicht, wie viel ein Glas ist. Darf ich die Schlüssel wieder haben? Wir müssen auch taktisch denken. Wenn wir noch eine Runde holen, schmeißen wir mal eine Auszeit rein. Das ist so smart. Das ist doch ein Witz. Oh, wir kriegen beide einen. Nee, das ist okay. Oh, Bram, das sieht nicht gut aus für dich. Ach, nee. Alter, oder? Kann eine Chance sein. Moment. Nein, ich hab doch grad den Raketen verbrannt. Jawohl. Oh Mann, der ist so träge. Love a win. Oh, wieder. Was ist denn hier los? Ach, die Zeit ist um. 30 Minuten spiel ich jetzt hier schon und muss die Kürbisse suchen. Uiuiui. Ich sag es, wie es ist. Das Spiel ist für Kinder. Hätte man mir auch mal vorher sagen können, finde ich. Ah, nee. Sagen wir mal nix. Ein Film? Okay, pass auf. Nee, nee, nee. Geh weg von Film, bitte. Ist das Giovanni aus der Pokémon-Serie? Wer ist das denn? Das ist der Mann. Der von Team Rocket, der Schiff. Ist Pokémon nicht 96 oder so gewesen? Das kann so sein, ja. Pokémon wird hinkommen. Handelt aber da nicht mit dir. Sowohl der Boss des Team Rocket als auch der Arena-Leiter von Vertania City. Nein, das sind keine Tiere. Klar sind Pokémon Tiere. Nein. Das sind keine Tiere. Das sind sieben Punkte für Peter. Ich habe aber gepiept nochmal. Das habe ich gehört. Jetzt wenn du hier in diesem scheiß Haus sitzt. Alter. Okay, nice. Wollen wir Bram nie gucken? Nee, fand ich einmal hier oben. Das war ja mega nice. Nein. Ich habe das Gefühl, dass du bei deinem Schlagmodus... Leute, ich habe die Polenflagge bekommen. Einer Fisch hier hat gewonnen mit einem Fisch. Das sind überhaupt nicht 75 Löcher gewesen. Da waren 35 Löcher. Ja, da stehen 75 Supershorties. Was soll ich sagen? Sie ist ja unten liegt selber, oder? Ja, da steht einfach nur Supershorties. Da steht aber nicht wie viele. Wie die Fisch hier uns einfach abgestimmt. Da ist der 75, den er gemacht hat. Könnt ihr mal bitte nicht so gut da vorne fahren? Was ist los mit euch? Ja, ich bin gerade über diese komische... Alter, wir hätten das zurück in 80 Sekunden gesetzt. Was war das? Da war ein Teil. Die Kurve nicht so rumfahren, das ist ja ultrabelastend. Guckt ihr euch an, da unten. Der kann mir unter den Rock gucken. Die letzte Keykarte hier, schnell. Komm, 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 komm. Was für die letzte Keykarte hier, schnell. Ja, wir sterben trotzdem. Wir sterben jetzt. Nein. Ich habe sie gefunden. Was für nein? Alter. Ich finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde ich gar nicht so schlimm. Alter, Jules. Ey, wieso hast du denn die letzte Keykarte noch... Ey, ich habe gerade kurz die Shit gehabt, gell? Ja, ich dachte mir, ich dachte mir, ich packe die letzte Keykarte trotzdem noch rein, weil das war einfach dann so ein schöner Moment, so ein bisschen adding insight to injury an dieser Stelle. Also mal ein bisschen hoffen, ne? Ja. Kann auch mich treffen. Oh Gott, oh, 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 okay. Oh Gott, nein, das ist doch... Das ist doch den letzten... Gibst du noch? Nee. Jawohl! Jonas draußen hat sich auch schon gefreut. Ja. Kann ich auch sein. Oh nein, das ist aber eine schöne zweite Runde. Bedankt, haut rein und tschüss. Gibst du noch, oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020